Aber ich wäre ja wahrscheinlich mit draufgegangen, wenn du stirbst, nämlich. Wahrscheinlich, wir sind gelingt. Ja, dann, dann, dann mach's lieber nicht. Ups, soll ich erst hier gestimmt? Ups. Ich wollte raus. Oh, wow. Diese ekelhaften Roten Felder muss ja so schnell. Hm, die halten auch mehr aus, glaube ich. Ja. Ähm, hier, guck mal hier. Über mir. Siehst du das? Ah. Ah, okay, nice. Das sind die zwei Secrets, die ich bisher entdecken konnte. Ich konnte noch gar nichts entdecken, also von dem her. Ja, gut, damals an Hammerwatch kenne ich das mit den Dings noch, ja, mit diesen Fledermaus-Augen. Hm. Oh, mein Gott. Übertreibt doch nur. Dieses ekelhafte Gefühl mit seinem, mit seinem Buff. Oh, nice. Schön gestand. Bäm. Zu zweit macht das einfach viel mehr Laune, das Game. Hm, hm. Stell dir mal vor, wie du ihn zu viert. Wie die Klasse vertreten. Ja, oder? Beziehungsweise, wenn halt noch einer was freigeschalten hat, ne? Gibt's ja noch mehr, glaube ich. Ja, richtig. Priester, zum Heilen. Kann nicht schaden. Ne, solange ich kein Paladin spielen muss. Aber der kann auch heilen. Der kann auch heilen, ja. Ja. Ja, gerade in dem Spiel, du hast halt so einen krass gefährliche Gegner, du kannst kein Millie spielen in dem Game. Das geht nicht. Oh, dann können wir unsere Tränke auffüllen. Das könnte jetzt eigentlich mal einen Trank schon mal raushauen, damit er wieder ein bisschen anerhaut. Ja. Und da die irgendwie gerade alle auf mich gehen, hast du eh keine HP-Probleme. Bam! Aber wer weiß, vielleicht wird Millie hier ein Blaufer, das später im Spiel ist, dann vielleicht ein bisschen cooler. Konntest du auch refillen, ja? Ja. Okay, wunderbar. Ich habe nämlich beide meine Potions wiederbekommen. Beide? Ja. Ich habe es aufgerüstet, dass ich zwei Tränke halten kann. So ein wichtiger Skill. Ist dauerhaft, ja. Ja. Ja, dann ist das nice. Dann weiß ich mir, was ich hole. Auf jeden Fall. Die 500 Gold oder so und wahrscheinlich kann man später noch viel mehr Tränke mitnehmen. Ich will den Dings da unten nicht machen, mag ich nicht. Nicht bevor ich einen Aufzug habe. Nee, überhaupt nicht. Super eklig. Ja, oder wir lassen uns das natürlich auch eine Idee. Spielgestattet, wenn wir unseren dritten und vierten Skill dann noch haben. Später. Na, ich muss mal gucken, was genau der dann macht. Du kannst... Wow. Kennst du Diablo, die Zauberin? Ja. Die in Diablo 2. Die konnte doch auf Level 30 mit Frostsphäre schießen. So eine langsame, die immer wieder Schüsse abgegeben hat. Ja. Das kann er auch. Nice. Auf jeden Fall. Ja gut, dann weiß ich, dass ich schon mal die richtige Klasse genommen habe. Ja, ich habe auch überlegt, die zu nehmen, weil die schon ziemlich geil ist, muss ich sagen. Aber mir hat das, gerade wenn ich hier so stehen bleibe, kann ich einfach so schnell ballern. Wenn ich laufe, dann wäre ich weniger, aber hier... Und gerade die Bombe hat mir gegen den ersten Boss, fand ich einfach viel cooler, wenn die ganze Zeit diese hässlichen Fledermäuse am Arsch hängen. Ja gut, ich benutze dann halt hier meinen... Also wirklich steuern konnte ich den Kometen nicht, oder? Ne, du kannst nur die Richtung halt, wo er kommt. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Irgendwie die Entfernung zu... Stimmen, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der kommt einfach in einer festen Entfernung. Ja, ne? So, auf geht's. Och, Dreier! Wow. Am Arsch! Ja, okay, also macht das wohl doch schon einen Unterschied, die Spielezahl, ne? In der Tat. Ha! Au. Ist ja ekelhaft. Oh mein Gott. Und sonst kommen die scheiß Fledermäuse. Ja, vor allem... Das ist ja superreudig, Alter. Au. Und er hat mehr Leben. Okay. Auch noch. Ja. Das ist ja eine Nervensäge. Überhaupt nicht. Ist das ekelhaft, Alter. Oh mein Gott. Die Sch***. Meine Leben sehen das nicht mehr so geil aus. Hier, mein. Oh mein Gott. Tööööö. Mein Leben sieht auch nicht so gut aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh, die Fliegeräusche sind auch da. Swampy sind auch da. Oh mein Gott. Ah, das ist nur nice. Was hast du ein schönes? Meine Tränke sind effektiv. Oh, nice. Vielleicht kann man das ja angucken. Wobei, du musst wahrscheinlich eh voll heilen. Du hast 0,35 Leben pro Sekunde Regeneration. Nicht schlecht, Alter. Ich bin mal 0,05. Wo viel? Ach, da. Ah. Ja, ich bin voll tanky. Alter, was ist das für ein heftiger Boss gewesen? Erkob ist doch scheiße. Ich spiele mal eine weiter. War schön gewesen mit dir, das war's. So, jetzt geht's in den Kerker. Will ich da wirklich hätten, ich weiß es nicht. Ey, voll dreist, wir kriegen nicht mal volles Leben. Bisschen mies. Guck mal, ich hab was gefunden. Ja, nicht schlecht. Das war aus Versehen. Ich hab ein Skill, wie kann ich den benutzen? Ein Skill? Ne, ne, ne Schriftrolle. Äh, macht's automatisch. Wenn du ein Skill benutzt, dann kriegst du automatisch noch ein Dings dazu. Vorsicht hier oben, die Skelettis. Die können schießen, genau. Oh, ein Apfel. Ja, wo haben wir diese Wolle? Nom, 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 nom. Ja, gönn dir, ich hab ja ein Leben, Lebensding zum. Und hier musst du aufpassen, wenn diese komischen Gitter am Boden sind, da kommen manchmal diese Käfer raus. Hier oben rechts siehst du so ein Gitter. Oben rechts, ach, da auf der anderen Seite. Im Gefängnis, genau. Also, manchmal kommen da Viecher raus, manchmal aber auch nicht. Das ist ja nirgends. Oh, wir sollten nicht gleichzeitig viele Gegner anlocken. Ich hab nicht gewusst, dass du da unten, wenn ich anlockst. Vorsicht, Archer! Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Okay. Ah. Ich hatte gerade ein Leben oder so. Noch üblich. Okay, wir brauchen dringend was zu futtern. Da ist ein Apfel. Rechts. Achso, das ist natürlich eine mega geile Generationenrate. Ich geb mir mal den Apfel. Hm. Na toll. Genau in dieses scheiß Gift eigentlich reingerannt. Denk mal, da war ich mal schön aus und verkackt dann. Hier ist was. Ah, genau. Nice. Äh, hast du Erfolg bekommen? Jailbreak? Ja. Das heißt, oben sind die Gitter aufgegangen bei dem Gefängnis. Na, nice. Das gibt noch nicht. Ah, nee, hier unten links ist noch. Hier unten links auch Gitter aufgegangen. Vielleicht gibt's zwei Buttons. Hier die Türen waren noch nicht aufgewiesen vorhin. Vorsicht, nicht rein. Ja. Falle. Okay. Oder? Nein, doch nicht. Okay. Mach mir Angst. Ey, Maja, welche kommt immer so raus? Scheiße. Ja. Ah, der wird ziemlich viel cool, oder? Ja. Sollte man langsam mal abgeben, wenn man was finden würde, ne? Ja, die kommt. Oder unten muss er dann laden. Und unten links. Siehst du unten nichts auf der Minimap? Also ganz links hast du das Ding. Oh Gott. Dieses Scheiß-Gift. Wird wahrscheinlich noch viel schlimmer werden später. Ich hab auch so die Befürchtung. Oh, nice. Kannst du die Wände durchballern? Oh Gott, da kommen noch welche. Ja. Oh Gott. Das ist ganz nice mit dem durch die Wände durch. Okay, coole Sache. Oh, da müssen wir was zu futtern drin irgendwo. Nein, nur Gold. Ist uns nicht gegönnt. Ich würd's noch nicht gern abgeben, das Zeug, oder? Ne, ich würd erstmal in nem Laden... Wobei, ich weiß nicht. Ja, wir können das andere Gefängnis erstmal looten, wenn's offen ist. Was ist da unten? Das Rätsel kenn ich noch nicht. Ja, es ist so ein Rätsel, wo dann irgendwie alle Fans... Hä? Ah, okay. Dann Apfel bekommen. Wahrscheinlich... ...musste man besser rätseln, um bessere Belohnung zu bekommen. Das hatte grad nen Timer getickt, hast du gehört? Ja, den hab ich genommen, ja. Aber keine Ahnung, was man da machen muss. Ich auch nicht. Komm, unten rechts ist auch offen. Oh, nice. Vielleicht sind da mit allen Türen auch wieder, keine Ahnung. Oh, nice. Mahnerengen. Nicht schlecht. Hm, kleiner Schopp. Ah, da ist auch gleich die nächste Ebene.